Hallo Leute und herzlich willkommen zu der lang ersehnten neuen Battle Staffel und wir fackeln jetzt gar nicht lange rum, alle Informationen erhaltet ihr später in den einzelnen Folgen der Teilnehmer und starten jetzt einfach mal mit der Vorstellung der Teams. Links von mir haben wir Marcel und Topra. Hallo meine lieben Zuschauer, dies ist die Geschichte wie Topra und ich den Kampf gegen euren Overlord Domse angetreten sind. Okay, I'm back to the moon. Ich bin tot. Fuck! Es gab Momente, wo Alex und ich aufgeben wollten. Ihr hattet sicherlich gemerkt, wie sehr wir unter den ersten Tonen gelitten haben. Jedoch wollten Alex und ich nie aufgegeben, denn dieses Mal wollten wir etwas anders machen. Wir wollten gewinnen. 1, 2, 1 und 4. Hi und herzlich willkommen zurück zu Let's Battle Minecraft. Mit dem läuft die Potato und wir den... Jetzt lehrt euch zurück und genießt diesen unfassbar schönen Kampf vom Leben und Tod. Jo meine Kartoffelwunden und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Schwer, scharf, dankeschön. Let's Battle. Ja. Digga, es kann nicht sein. Es kann echt nicht sein, Alex. Was denn? Wir müssen die da runter schießen. Sollten wir, ja. Au! Digga, pass auf. So. Ich habe ihn auch getroffen. Was er kann, kann ich auch. Du sollst ja keine Snipern, ne? Soll ich es auch mal mit der anderen Waffe versuchen? Und nochmal getroffen. Ich habe ihn zweimal getroffen. Okay. Ja. Ja, ich will mich zu viel schließen. Doms ist weg. Komm mit, komm mit. Wir gehen mal Richtung. Wow. Achso, das warst du. Das war ich, das war ich. Alter, ich hatte gerade hier Panik. Ich versuche echt jetzt hin. Ne, ich versuche mich ein bisschen unbemerkt da ran zu schleichen. Ne, zu schleichen und rennt. Nein, er hat mich gesehen. Okay. Machen wir. Wie machen wir es? Ich weiß es nicht. Die schießen beide auf mich. Wo bist du? Warst du hinter mir? Achso, du warst hinter mir. Ich dachte bloß hier hinten. Dann will ich sich halt auf dich fixieren. Ja, gut. Oh, oh, oh. Will ich schießen? Jo. Oh. Oh, ich habe einen Headshot kassiert. Wie viel? Ich habe noch halbe. Weg oder was? Ja. Okay. Ich meinte eigentlich, ob wir weglaufen, aber gut. Ja, weg. Ja. Ist doch ja gesagt. Wo sind die? Achso, ich dachte jetzt, ob dein... Ja, egal. Da sind sie. Oh, die sind schon da unten. Komm, 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 komm. Komm mit, komm mit, komm mit. Ich muss ranken, ich kann nicht fighten, ich kann nicht fighten. Komme, ich komme. Bin da. Bin direkt hinter dir, Bruder. Ich seh den Turm, ich seh den Turm von Tom und, äh, Tom und Max. Ah. Lass da reingehen, Digga. Bester Plan EU West. Ich seh, ich hör den Grinsen. Richtig. Ja. Hey, die sind nicht mehr hinter uns. Egal, die werden schon kommen. Ja. Komm, 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 komm. Komm rein da, rein da. Okay. Ja. Die haben da oben Lava einmal, glaub ich noch. Ich weiß es nicht, ob die das mitgenommen haben. Egal. Hm. Ich glaub, du hattest nur einen mitgenommen, soweit ich weiß. So. Okay. Gut, gut, okay. Äh, ich hab die Enderpelle auch nochmal. Usher halten. Dass sie sehen. Da sind sie, da sind sie. Links. Pass auf, dass du nicht in die Lava fliegst, ne? Ja. Pass auf. Wie es zu baut. Hihi. Das kann man mir schon zutrauen. Also die laufen jetzt grad da über die Wiese, also auf der anderen Seite vom Ufer, ne? Yo, yo. Warte, warte. Nicht zu viel Schuss verballern. Warte, bis die nah genug dran sind. Ich hab gar nichts zu verballert. Ne, war ja nur, war ja nur irgendwie jetzt ein Tipp. Oh. Headshot. Ja, ja, ja. Warte, warte, warte. Jetzt schnell was. Ja. Es sind zwar nur drei Hungerbalken, die wechseln. Komm, 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 komm. Ja, 300 Hungerbalken sind schon zu viel im Kampf. Ja, ja, ich bin, ich hab aber wieder voll jetzt. Bin wieder voll. Ich ragge. Mac, äh, Fix, zieht uns. Das wär jetzt auch blöd, wenn sie nicht wissen, dass wir oben sind. Warum raggt der nicht schneller, Digga? Oh, warte. Okay, wo sind sie? Ah, da, da. Okay, ich seh die Namensschilder. Ich hab noch, äh, also jetzt fehlen mir zwei Herzen. Soll ich noch warten? Ich warte noch, ne? Noch ein bisschen warten, ja. Wir wollen nichts riskieren, Digga. Okay, neuneinhalb. Beide sind, die kommen, die kommen näher, die kommen näher. Nein. Ich verschieß... Okay, ich nehm die MP44. Ich, ich, ey, ich will nicht, ich will meine Bazooka nicht verschießen, wenn ich nicht weiß, dass ich treffe. Okay, was haben die vor? Was runter springen hinter sie? Und dann BAM! Was machen die? Oh, Bazooka in der Hand! Pass auf, pass auf, Daddy Bunter, was in der Hand? Okay, hab geschossen. Nichts kaputt gegangen. Ach, lol. Doch, zwei Blöcke. Okay. Okay. Okay, was macht Fix? Was macht Fix? Die sind glaub' unten, oder? Ja, die sind unter uns. Sind die schon drin? Sind die im Turm? Ne, ne, ne. Die sind unter uns nur. Ja, der versucht, der versucht unter uns zu schießen. Deswegen. Guck, die laufen immer dahin, wo wir sind. Wo sind die Namensteller? Ich seh sie nicht. Okay, er lädt nach, er lädt nach. Komm mit, 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 komm hier drauf, komm mit, komm mit. Ich hör, wie er nachlädt. Oder nachgeladen hat. Komm, komm, komm hier drauf. Digga, oh, oh, der schießt von oben, der schießt von oben. Komm hier hinter die Wand, komm hinter die Wand. Okay, warte. Okay, oh, Alter, die kommen von beiden Seiten. Jetzt ernsthaft? Ne, ne, okay, jetzt kommen sie beide von rechts. Siehste? Ja, warte, 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 ich pack die Enderperle raus. Warte, geh weg, geh weg, geh weg. Oh, Alter, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Geh weg von mir. Warte, geh weg von mir. Ich, ich, ich nehm die Lava mit. Ich nehm die Lava mit. Wir springen einen Stock weg runter. Okay, okay, okay. Komm, schnell, schnell. Ja, jetzt, jetzt können wir, jetzt können wir, jetzt können wir. Das ist noch ne dümmere Idee. Scheiße. Ich geh wieder hoch. Echt jetzt? Ja, ich bin wieder oben. Ja, ich bin wieder oben. Okay, ich komme. Ah, fuck. Okay, Randa, komm. Okay, wo sind die? Ich seh sie nicht. Ich seh keine Namen. Ah, da, da. Der hat sich runtergebaut in den Berg. Doms ist im Berg. Fix ist oben. Komm, 100% von unten jetzt gleich. Hm. Nein, da ist er wieder. Oh mein Gott. Freunde. Was machen wir noch? Okay. Fix und Doms, wir sind beide da hinten. Hinter dem Berg, ne? Ja, komm mit, komm mit, komm mit. Kannst du von hier aus ins Wasser springen? Ja, ich... Fuck, fuck, fuck. Raus aus dem Wasser. Schnell, schnell, schnell. Ja, bin draußen. Und schnell weg, schnell weg. Komm, renn hier. Renn, renn hinter mir her. Renn hinter mir her. Ja, 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 ja. Mach ich. Gut, gut, gut. Also verschindert. Gut, wir dürfen nicht auf die... Wir müssen wieder in den Wald. Wir müssen wieder in den Wald. Okay? Lass auf ihre Plattform gehen. Ja! Lauf, 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 lauf. Dreh dich um. Ich dreh mich um. Okay, ich seh nichts. Oh, ja, ja, warte. Du bist leider für hinten zuständig. Lauf, 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 lauf. Komm mit am Wasser, am Ufer lang, am Ufer lang. Digga, fuck. EU West. Ja. EU Nord. EU Everything. Amerika, überall. Hier sind die hinter uns irgendwie? Ich seh sie nicht. Ich seh keinen Namen. Ich seh gar nicht. Ach, Digga. Geh doch da hoch. Ja, warte, komm. Geh du als erstes, geh du als erstes. Wir sind hinten, wir sind hinten am Wasser. Ja, guck, 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 guck. Mach das immer, wenn du in Deckung bist, ne? Wir müssen auf jeden Fall in den Wald. Lass einfach in den Wald gehen hier. Okay, gut. Schon wieder. Der war letztes Mal unser Tod. Wir haben aber sehr... Das war unser bester Fight, den wir je hatten in dem Wald. An der offenen Fläche haben sie es mit den Pferden einfach massakriert. Ja, wo sind sie? Ich seh sie nicht. Du? Ja, warte, warte. Ich drehe mich. Da sind sie, da sind sie. Sie sind unter der Plattform. Ich seh Domse. Hab ihn getroffen? Okay, ich bin ein Stück hinter dir. Mach. Ja. Alter. Ich seh Fix nicht, ich seh nur Domse. Fix ist hinter ihm. Ja, Fix kommt von ganz hinten. Die sind beide da, die sind beide da. Wir brauchen irgendeinen gewissen Vorteil. Okay, die schießen, die schießen. Ja, ein Vorteil wäre gut. Die Plattform war die beste Idee, Alter. Ja, warte, warte. Komm her, komm her, komm her. Hier ist eine Plattform, ne? Ich, äh, hier. Ja, eine Plattform, alles klar. Ja, hier. Haben wir ihn getroffen? Die bauen sich auch einen Ball. Beide haben einen Hit, beide haben einen Hit. Komm mit. Hier ist ein guter Graben. Ein Graben ist eigentlich nie gut. Ja, du musst dann schnell wieder rauskommen. Oh, er hat mich getroffen. Oh, halbes Leben, halbes Leben. Ich muss weg. Okay, lass nach hinten gehen, nach hinten. Jo. Komm, 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 komm. Okay, okay. Ich bin vor dir, renn mir hinterher. Ja, ja, bin da. Ja, Hunger sieht noch gut aus. Okay. Im Wasser kannst du keine, äh, hier, Pilzsuppen essen und so, ne? Das war richtig ätzend. Ich sneak hier einfach zwischen den Bäumen. Ich dachte gerade, meine Pilzsuppe wird mir im Inventar nicht angezeigt, weil da genau der Mikrofonständer drüber lag, über der Pilzsuppe, ne? Ach, lol. Okay, die kommen da, die kommen da. Die kommen über die Bäume, die kommen über die Bäume. Ja, ich seh's, ich seh's. Okay, gut, wir brauchen einen Plan. Den, den ich mit der Bazooka getroffen hab. Okay. Wenn du treppst, ja. Ja, du wirst sehen, wenn einer gut auslötet. Die letzten Mal wär halt richtig nice. Ja, dann musst du mich auf die Bäume gehen lassen. Dann musst du mich, warte. Geh, 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 geh. Ich seh die Namen nicht. Ich seh keine Namen. Du? Äh, ne. Guck ich? Ja, die sind oben bei den Bäumen. Die sind bei den Bäumen bei ihrer Plattform. Die sind ganz oben. Ganz oben sind die. Okay. Links von uns. Wenn du Richtung Plattform guckst, siehst du das? Ja, aber von hier sch... Ne, ich bin jetzt, ich bin ja nicht so weit oben. Die wissen nicht, wo wir sind. Die wissen nicht, wo wir sind. Komm mit, komm mit. Bist du hinter mir? Ja, ich bin hinter dir. Ich weiß, wo die sind, die sehen sie nicht, wo wir sind. Ich wollte nämlich grad sagen, weil, ähm, wenn wir jetzt auf sie geschossen hätten aus der Entfernung, das wär schief gegangen. Ich glaub, Domse hat uns gesehen. Hat uns gesehen. Ja, die haben uns gesehen. Ja, 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 ja. Sollen wir rennen? Ja, wir rennen. Da sind sie, offenes Feld, offenes Feld. Ich kann mit der Bazooka schießen. Schieß, schieß, schieß. Schieß. Warte, warte, nein, nein, nein. Ich schieße jetzt auf Domse. Digga, ich kräfte ihn nehmen. Nimm Ficks, 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 Ficks. Domse, 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 Domse. Beide haben Hits. Die sind gut hitted. Die sind gut hitted. Sie ist noch da? Oh, fuck, 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 fuck. Ich bin gleich tot. Nimm die Suppe, 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 Suppe. Ich kann nicht. Ich hab volles, ich hab volles Essen. Nein, du kannst die Suppe nehmen. Nee, geht nicht. Ich hab da, ich hab ihn, ich hab ihn. Ja, 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 nice, nice, nice. Domse hinterher, Domse hinterher. Ja, wo ist der, wo ist der, wo ist der? Ich bin voll, der ist auf offenes Feld. Der ist weggerannt, der ist weggerannt. Seh dich, ich seh dich. Komm hinterher, hinterher. Ich kann nicht, der rennt auf mich, der rennt auf mich. Ich muss nachbleiben, ich muss nachbleiben. Der ist ins Wasser gefallen. Der ist fast tot, der ist fast tot. Ich muss nachbleiben. Jo. Komm hinterher, hinterher. Aber nicht, dass fix uns jetzt um Spawn tötet, ne? Ich nehm die Enderperle, ich nehm die Enderperle. Ja, ja, mach, mach, komm, komm. Komm. Ich treff ihn einfach nicht. Ja, ich grad auch nicht, das war abartig. Der stand ein Meter vor mir, Alter. Ich geh zu fix Sachen. Verfolg ihn nicht zu weit, verfolg ihn nicht zu weit. Okay? Komm zurück, komm zurück. Achso, er kommt wieder, komm, geh ein Stück zurück. Falles Stück zurück. Ja, er kommt, er kommt auf mich zu. Oh fuck, oh fuck. Komm, komm, komm. Digga! Ich bin bei dir, ich bin bei dir, ich bin bei dir, ich bin hinter dir. Ich treff ihn einfach nicht. Ich hab keine Muni mehr. Ich hab noch. Hilf mir! Ich hab auch, ich hab auch keine mehr. Okay, komm. Nein! Du musst rausgehen! Ja, aber ich hab nur noch drei Herzen und ich kann grad nichts essen. Nein! Ich konnte nicht, weil du hast mich nicht mit nem Messer unterstützt. Hat er alle meine Sachen aufgesammelt oder hast du die? Ne, ne, er rennt weg, er rennt weg. Ne, meine Sachen liegen hier noch. Ich rüste mich aus, ich rüste mich aus und komm direkt wieder. Ja, komm. Ich renne ihm hinterher. Ja, du musst mir sagen, wo er ist. Bei der Base, bei der Base, bei der Base. Gut. Warum hab ich keine Enderperle, Mann? Okay, ich wreck auf jeden Fall ein bisschen. Jo. Während ich ihm hinterher renne. Alter. Ich bin auf jeden Fall wieder voll ausgerüstet. Tomse! Lass stehen! Ich seh euch nicht mehr, ich seh euch nicht mehr. Hä? Ach, dass mir den, okay, dass mir den Ding jetzt nicht mehr funktioniert. Nein. Aber er hatte den Tia-Schwert. Ja, egal. Der wird jetzt von mir verreckt, Alter. Der wird jetzt von mir get wrecked. Du kannst noch, du kannst noch. Komm, komm. Zieh ihm noch ein Leben ab wenigstens. Wir waren bei der Base. Äh. Aus der Richtung, von der wir gekommen sind, rechts davon. Get wrecked. Ja! Ja! Ja, Mann! Er hat nicht gedacht, er hat nicht gedacht, dass ich wiederkomme. Nice, Dick. Oh mein Gott! Schalalalalala! Schalalala! Schalalala! Komm her! Komm her! Komm zu mir! Komm da, wo du als letztes... Hä? Ich darf doch nicht mehr. Ach so. Ich bin raus. Nein. Für mich ist Battle vorbei. Nein, oder? Ich hätte noch ein bisschen mehr wrecken sollen, vielleicht. Aber gut. Das Dia-Schwert von ihm, das wäre... Ja. Das hätte mich wahrscheinlich so oder so gekillt. Aber gut, der Knockback hat ihn ordentlich nach hinten geschlagen. Das war ganz gut. Ja, das war bestimmt gut. Ich versuche jetzt alles noch mitzunehmen, was irgendwie wichtig ist. Ach klar, die spawnen bei ihren Betten, natürlich. Natürlich, deswegen ist er nicht wiedergekommen. Richtig. Oh, Enderperlen. Nice. Du kannst jetzt nochmal richtig reißen, Digga. Die haben jetzt auch nur noch ein Leben, ne? Du hast beide gekillt. Oh, die haben noch Gold. Ja. Die haben nicht nur ein Leben. Ja? Doch. Die haben jetzt noch ein Leben. Die hatten drei. Ja, aber es macht keinen Unterschied. Beide sind gespawned. Ja, dann haben sie aber noch einen, wie die spawnen. Gut. Rechner nochmal. Ach, ich komme jetzt einfach zu dir. Nee. Ja, aber dann geh Game Mode 1 oder so, dass du... Ja, warte. Game Slash Game Mode. Game Mode 1. Ähm. Alter. Ich hab, ich hab, ich hab, ich hab, ich hab, ich hab fix das Ding richtig in die Fresse gerahmt. Was? Tomse ist nochmal gestorben. Jetzt ist ein Battle zwischen dir und Fix. Nein, Tomse darf noch einmal spawnen. Achso, stimmt, stimmt, stimmt. Ich dachte gerade. Digga, ich kann das noch richtig... Alter. Kannst du es noch reißen, ja. Oh, Junge. Ah. Nimm unsichtbarkeitsdrank oder... Ach, egal, Yolo. Oh, Alter. Puh. Äh, wie heißt denn das auf Englisch? Äh... In... Invisible. Potion? Nee, nee, nicht Splash. Ja doch, Invisible Potion. Ja, Splash. Dann schießt du dich selbst damit ab. Stell dich kurz auf den Boden. Schieß dich damit ab, wenn gut ist. Ich werde jetzt zu unserem Spawn gehen, mich so gut ausrüsten, wie ich kann. Ich habe Fix halt einfach mit der... Mit der... Mit der... Bazooka richtig dezimiert, ne? Mhm. Der Typ ist einfach nur auf mich zu gerannt. Ich habe ihm das Ding direkt auf die Füße. Und danach ist er direkt umgekippt. Also... Ja. Ich habe langsam erkannt, wie das mit den Waffen ist. Du darfst dich wirklich nicht bewegen, wenn du schießt. Aber wenn du dich... Ja, das habe ich gerade auch gemerkt. Weil beim Bewegen habe ich Domse nicht einmal getroffen. Ja, und ich habe Fix halt wirklich mein halbes Magazin und Domse auch ein halbes Magazin reingeballert. Mhm. So. Die Frage ist jetzt halt, wo die in ihre Betten waren, ne? Ich denke... Weißt du, was ich denke? Mhm. Wir haben die doch das erste Mal bei dem, äh, Dingenslager gesehen hier. Bei dem... Ach, wie heißt das hier? Bei dem Villager-Lorf, ne? Ja. Denkst du, die haben sich das Ding da hingeballert? Die Betten? Hm, vielleicht, ja. Aber das Villager-Lorf war doch in die andere Richtung, oder? Weißt du, was mein Problem ist gerade? Ich bin in die falsche Richtung gerannt. Okay. Alles klar. Ja. Ich wurde gekickt. Ja, komm wieder drauf. Ich habe gesagt, du spackst nur für deine Folge. Hat er gesagt, das ist okay? Nö, aber das ist sein Problem. Komm wieder drauf und guck dir an. Vielleicht geht's nicht nochmal drauf. Das... Hat so keinen Sinn, Digga. Oh! Aua. Aber das mit den Dingens hat nicht funktioniert mit den Pilz-Suppen. Das wusste ich nicht. Ich wusste nur, dass auf PvP-Servern die Dinger dich instant wrecken, weißt du? Hm. Ja, so viel haben die nicht gemacht. Na gut, hätte ich wahrscheinlich nicht gegessen, hätte ich ihn vielleicht beim ersten Mal gekriegt, wo er mich getötet hat, ne? Okay, gut, ich guck mal ob... Ja, weiß ich nicht. Soll ich oben gucken, ob die was in ihrer Base haben? Also ich hab die wichtigsten Sachen auch verbrannt. Kannst du mal Folgende schreiben, oder? Ne, 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 ne. Es sind 16, 17 Minuten. Also wir haben ja durchdank dir 3 Minuten oder so verschenkt. Ja, 15 will er doch auch noch. Warte. Ich renne jetzt noch ein bisschen hier rum und dann... Jo, macht das. Äh, ja gut, Freunde. Bei mir ist die Aufnahme jetzt damit beendet. Ich würde sagen, wenn's dir gefallen hat, zeigts mit deiner Bewertung. Schaut bei den anderen Teams vorbei. Bitte dis... Ich hätte gern ein Dislike für jeden, der bei Domse schaut und wissen wollte, wie er gestorben ist. Ähm, das war das, wenn wir nicht bei den Betten gestorben sind, ne? Das war... äh, bei den... nicht nochmal an den Betten geschlafen haben, ne? War so intelligent eigentlich. Gerade schon, ja. Gerade schon. Weil, es war eigentlich so Glück im Unglück, weißt du? Darf ich jetzt meine Aufnahme beenden, oder? Ja, wir könnten jetzt noch so ein bisschen Feedback machen, Fazit, ne? Ja, könnten wir. Das könnten wir aber auch einfach in einem... offenen extra Video machen. Gut, so. Ja, könnten wir dieses Mal wirklich sogar machen. Ich habe jetzt Folgenende geschrieben und gehe gleich runter. Äh, so. Achso, ja gut, dann warte ich doch noch. Dann warte ich noch. Schaut auf jeden Fall bei den anderen vorbei. Genau. War auf jeden Fall ein epischer Kampf, ey. Ohne Witz. Ja, war gut. Im Gegensatz zu unserem allerersten Kampf damals im Battle war das schon richtig gut koordiniert. Das Ding ist, die sind halt so... die sind halt wirklich sehr intelligent auf uns draufgegangen, indem sie halt immer einer nach dem anderen draufgegangen ist. Ja. Und wir haben gelernt, wenn man sich bewegt, treffen die Waffen nicht. Sonst hätten wir Domseglaub viel früher gehabt. Daher... Wir haben am Abend und bis zum nächsten Mal bei Let's Battle. Ou der ... Bye.